Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, Webinar TPO and Volume Profile. Jetzt habe ich es auf Englisch gesagt und hier steht es nochmal auf TPO und Volumenprofil auf Deutsch. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend live dabei sind und ebenfalls freue ich mich, dass wir mit Michael Burgstahler die ATTAS Webinar Reihe fortsetzen können. Vielen Dank dafür und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wie immer werden wir uns ganz kurz den Risikohinweis anschauen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig von Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Gut, dann, lieber Michael, ich habe schon im Chat gelesen, die Vorfreude ist groß, deswegen übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Kleinen Moment, ich schaue gerade mit der Bildschirmübertragung. So, ich hoffe, die Bildschirmübertragung funktioniert. Ja. Ist da, super. Dann sende ich mal liebe Grüße aus Österreich und ja, hallo zu diesem Webinar. Wir werden uns heute diese Stunde widmen, sämtliche Möglichkeiten in ATTAS und das Volumenprofil und das TPO ein wenig aufzudröseln. Wir haben die Möglichkeit von Indikatoren, wir haben Fixed Profiles, wir haben Profilwerkzeuge, wir haben Chartarten, die das Profil berücksichtigen und ich möchte übersichtshalber und technisch halber über diese ganze Thematik ein bisschen sprechen. Ja, also dass ihr alle dann wisst, wo findet man Volumenprofile, wie kann man sie anwenden und was gibt es für Tricks zu dieser ganzen Thematik. Also, anfangen wir mal mit dem Indikator. Wenn man einen Chart geöffnet hat, kann man natürlich über das Indikatorfenster dieses TPO and Profile, so heißt das in ATTAS, hinzufügen. Das ist einmal der First Step für die ganze Sache. Wir sind hier im Stundenchart vom S&P 500. Mit einem Doppelklick ist das Profil dann auch schon im Chart drin und schaut standardmäßig so aus. Für die, was neu sind, was ist das Volumenprofil, wie funktioniert das und wie rechnet das? Es ist immer nicht schlecht, wenn man weiß, wie gewisse Tools funktionieren und rechnen. Ja, ich zoome da ein bisschen rein. Was ist ein Volumen? Ein Volumen ist, wenn eine Market Order, eine Limit Order fehlt, in beider Richtungen. Das heißt, es ist egal, ob hier auf 4.481,25 wer Market Buy oder Sell drückt. Je nachdem, es wird dann eben ein Volumen aufgerechnet. Ja, zur kleinen Veranschaulichung von der Geschichte schauen wir uns kurz das Smart Tape an. Da sehen wir jetzt eben, was live in diesem Moment auf diesen Preis an Market durchgeht. Da haben wir eine 5, eine 1, eine 24, eine 27 und das Volumen Profil macht nichts anderes, als diese ganze Information hier abzubilden. Ja, dann werden wir uns das einmal genau anschauen und schauen mal, was das kann und was das bringt. Weil es redet jeder vom Volumen Profil und im Endeffekt haben sehr wenig wirklich Ahnung davon, um was es da wirklich geht. Ja, also ein Volumen Profil zeigt uns gleich einmal, ob der Markt in Balance ist oder nicht. Sprich, ob wir hier Bereiche haben, die sehr gerne gehandelt werden und viel gehandelt werden oder ob wir eben nicht in Balance sind. Das ist dann dieser Moment, wo sich der Markt einen neuen Bereich sucht und den man gern handelt. Sagen wir mal ganz einfach. Ja, also grundsätzlich, ich zeichne da kurz einmal was ein. Hier waren wir in Balance. Ja, dann ist der Markt aus der Balance raus und hat sich einen neuen, schönen, wenn man verweilen will. Das ist dann im Prinzip hier im Preis gesucht. Und der Markt tendiert, er tendiert dazu, dass er von Balance-Zone zu Balance-Zone marschiert. Ja, und eine Balance-Zone ist, wenn wir uns das jetzt da einverleiben, was da gerade passiert ist, wo extrem viel Umsatz gedreht wird, wo Volumen gedreht wird. Ja, das sind Bereiche, die sehr interessant sind für den Markt, dass dort einfach umsatzbasiert. Na, ist der Bereich dann nicht mehr interessant, dann bricht eben der Markt aus und sucht sich die, wo sehr viel gedreht wird. Und das ist das, was man mal offensichtlich am ersten Moment sieht, wenn man ein Volumenprofil aufmacht. Man sieht eben Bereiche, die interessant sind. Man sieht Bereiche, wo wenig Liquidität war. Man sieht Bereich. Und das ist einmal grundsätzlich das, was uns das Volumenprofil zeigt. Es zeigt uns auch, ob viel Handelsaktivität stattfindet oder wenig Handelsaktivität stattfindet. Man kann das Volumenprofil zur Trend erkennen. Genauso unterstützt, wenn ich den POG, das ist einer dieser Volumenprofil, das Maximum Levels, das ist hier als Maximum Level definiert. Man kann ja auch POG sagen, der Point of Control. Das ist eben dieser Preis, der am meisten gehandelt wurde. Also hier ist das meiste Volumen gedreht worden. Ja. Und wenn ich einen aufwärts Trend habe, wo sich eben diese POGs auch nach oben mit verschieben, im Trend, dann ist das natürlich eine mit dem Volumen bestätigte Trendrichtung. Ja. Mavi, ich werde da ein paar Tage mehr laden, damit wir was sehen. Michael, ganz kurz. Ich hatte, wenn immer, wenn du gleichzeitig redest und mit dem Chart arbeitest, habe ich Ton-Aussetzer bei dir gehabt. Jetzt meine Frage an die Teilnehmer, ob sie das ebenfalls hatte oder nicht ich, dass ich das Problem bin oder das Problem habe. Ja, okay. Also vielleicht, wenn du den Chart arbeitest. Bin ich das Problem? Ja, scheint so. Oh mein Gott. Okay. Ich werde versuchen, das einigermaßen so zu gestalten. Genau, wenn du mit dem Chart arbeitest, dann vielleicht kurz Pause machen und dann weiterreden. Okay, ich versuche es. Versprechen kann ich nichts. Ja. Gut, ich scrolle. So. Und hier haben wir halt eine Zone, wo wir genau das Gegenteil sehen. Ja. Also hier. Hier sehen wir die Box laufen parallel. Er macht nicht wie er. Aber das Volumen spielt sich halt hier ab. Manche nennen das Sammeltzonen, manche nennen das Balance. Und natürlich sind dann diese Zonen, die hochvolumen gehandelt werden, beziehungsweise wo sehr viel Volumen gedreht wurde in der Vergangenheit, sehr interessant. Ja. Es kommt dann meistens zu Ausbrüchen. Es kommt auch zu Fake-Ausbrüchen, natürlich. Und diese Zonen werden dann sehr oft wieder getestet. Ja. Und da passiert dann meistens eine Marktreaktion. Und die Bücher sagen halt, wenn in einer Volumenzone sehr viel gehandelt wurde, der Kurs bricht aus. Ja. Dann gehen sehr viele davon aus, dass eben sehr viele Käufer hier drinnen waren, wenn wir eine Fortsetzung der Bewegung haben. Ja. Also man kann es ja nicht sagen, ob da drinnen jetzt die Käufer oder die Verkäufer dominant waren. Man kann das mit dem Delta schon ein wenig rausfiltern. Aber grundsätzlich sagt man halt, wenn die Bewegung sich fortsetzt, ja, aus einem Volumenbereich, dann waren da drinnen eher die Käufer. Und diese Käufer verteidigen dann natürlich dann eher Positionen. Ja. Also, jetzt gehe ich ein bisschen aus der Technik aus. Es ist natürlich alles relativ, ja. Aber grundsätzlich kann man das Volumenprofil auch für sowas hernehmen. Wo findet man das Volumenprofil in Atters noch? Ja. Bevor wir jetzt auf die genauen Funktionen eingehen. Es gibt ja sehr viele, sagen wir es einmal so, Möglichkeiten. Ja. Wir haben Zeichenobjekte. Das TPO, ein Profile Zeichenobjekt. Jetzt sind wir hier am Tageschart vom S&P 500. Und wenn ich sage, ich möchte mir den Bereich raussuchen hier, dann kann ich das dynamisch machen. Ich kann mir hier einzelne Tage, ich kann mir einzelne Bereiche dynamisch raussuchen und schauen, wie ist denn die Volumenverteilung da? Ja. Wo war denn viel los? Wo war denn extrem wenig los hier unten? Ja. Da ist nichts mehr passiert. Das kann ich mir natürlich mit dem Werkzeug gut raussuchen und ich kann das dynamisch anlegen. Ob das jetzt am Tageschart oder am Minutenchart ist, ist egal. Ja. Aber ich kann mir relativ schnell Bereiche raussuchen aus dieser Bewegung und sofort erkennen und sagen, wo denn viel los war. Ja. Wo war denn viel los? Was passiert, wenn der Kurs wieder dorthin kommt, wo viel los war? Das sind dann halt eben diese ominanten Unterstützungsbereiche. Ja. Volumentechnisch wohlgemerkt. Ja. Wir reden da nur über das Volumen. Was ist die Möglichkeit? Was haben wir noch für eine Möglichkeit? Die Möglichkeit des Fixed TPO and Profile. Was tut denn das? Ja. Das ist entweder links oder rechts im Chart und ich kann mir eben definieren bei diesem Fixed Profile. Ich kann mir auch mehrere reinholen. Ich kann hier definieren. Okay. Ich möchte jetzt die laufende Woche sehen. Jetzt sind wir natürlich am Tageschart. Ich will reinzoomen. So. Das ist die Volumenverteilung dieser Woche. Wenn ich am 5 Minuten Chart bin, dann wird das eher weniger Sinn machen. Ja. Dann würde ich sagen, okay. Dann habe ich hier mein Fixed TPO and Profile. Dann möchte ich jetzt da den heutigen Tag sehen. Und man sieht sofort die Volumenverteilung des heutigen Tages. Also wenn man nicht mit den Indikatoren arbeiten möchte und man hat das immer da links drinnen, dann macht man das mit Fixed TPO and Profile. Und man hat sofort die Kennzahlen, also den POC, die Value Area High und Value Area Low. Also das ist eben diese 70% Normverteilung. In diesem Bereich der VAH und VAL ist 70% des gesamten Tagesumsatzes zustande gekommen. Jetzt ist natürlich sehr wichtig zu sagen, er schaut alles gut aus, ist alles lässig. Aber dieser, das Volumenprofil ist dynamisch. Das heißt, das ändert sich bis zum Ende der Session natürlich. Was wir aber wissen ist, die Bereiche, die hoch angehandelt worden sind. Das wissen wir. Also wenn man das ein bisschen simulieren möchte, jetzt haben wir in 5 Minuten Chart und man möchte sagen, wie sich der Tag so entwickelt, dann kann man das hier drüber ziehen ein wenig. Und man sieht, wie sich das Tagesprofil in dem Fall, wenn man es für den ganzen Tag zieht, aufbaut. Also das kann man mit dem Werkzeug auch machen. Man kann ein bisschen nachschauen. Und man sieht wirklich auf dem Kontrakt genau die Abrechnung des Volumens, wie viele Stücke wo gehandelt worden sind. Das ist einmal der Teil 2. Ja, wenn Sie fragen, ob es bitte immer zwischenrein gleich den Nilsen schreiben, der wird mir das dann weitergeben. Und ich versuche so viel wie möglich zu beantworten, was mir möglich ist. Die dritte Möglichkeit, das Volumen in ATTAS zu sehen, ist natürlich über den Footprint-Modus. Dann zoomen wir in die Kerzen rein. Das ist das Schöne in ATTAS. Du brauchst nur rein zoomen und kommst direkt in den Footprint-Modus. Und auch im Footprint-Modus gibt es eben die Möglichkeit, das Volumen darzustellen. Zu viele Möglichkeiten für einen Anfänger. Es gibt ein normales Volumen, Histogramm. Es gibt ein Volumen digital Histogramm. Da ist der Unterschied jener, dass man die Zahlen sieht, wenn man rein zoomt. Hier können wir dann gleich live sehen, also dieser Live-Markt, ob eben jetzt beim Hoch den Markt die Buste ausgeht. Wenn weniger Volumen oben gedreht wird, könnte ein Indikator dafür sein, dass es zurückgeht. Das muss man sich anschauen. Dann haben wir hier eben das Delta-Colored-Volumen-Histogramm. Das ist ganz interessant, weil es uns Delta und Volumen kombiniert. Wir sehen hier an der Kurve die Verteilung, wie viel Volumen. Und wir sehen an der Farbe, in welchem Bereich mehr gekauft oder fair gekauft worden ist. Das ist Möglichkeit 3. Von dem Ganzen. Natürlich haben wir noch eine Möglichkeit. Man hat im Endeffekt, ich mache das kurz über das Menü auf. Kleiner Moment. Man hat auch im Dom, manche verwenden gern den Dom für die Markttiefe und alles, die Möglichkeit, hier sich ein Volumenprofil anzeigen zu lassen. Hier ist auch wieder rot der POC markiert, das Maximalvolumen des Tages. Und man hat auch hier die Verteilung und sieht gleich auf jeder Preisstufe, wie viel Volumen wurde gedreht. Was passiert da? Das ist auch eine Möglichkeit, eben sich das Volumen in Atlas anzeigen zu lassen. Gehen wir zurück. Dann haben wir noch die Möglichkeit, mit dem Indikator Dynamik Levels. Haben wir hier die Möglichkeit, das geht ein bisschen über das Volumenprofil hinaus, aber wir haben hier die Möglichkeit mitzuzeichnen, wie sich der POC und die Value Area über den Tag entwickelt. Und das kennt man ja aus der klassischen Lehre, dass wenn man einen Trend hat und sich das Volumen mit dem Trend erhöht, dass man ja einen gesunden Trend hat. Und wie gesagt, nichts leichter wie das, mit diesen Tools einfach festzustellen, wie schaut es eigentlich aus. Sind die Leute am Handeln, wo sind sie nicht am Handeln, wo ist es interessant und wo ist es nicht interessant. Was man noch machen kann, und dann gehen wir mal auf den Indikator selbst ein. Man hat die Möglichkeit, wenn man eben das Volumen direkt auf den Chart legt, sich Filter zu setzen. Das ist eben der Cluster Chart. Footprint Chart heißt in Atlas Cluster Chart. Und da hat man halt die Möglichkeit, Filter zu setzen. Da kann man halt dann sagen, ich nehme einen Filter dazu. Ich stelle den auf Volumen. Ich möchte das Rot sehen. Wenn im S&P 500 irgendwo auf einem Preis mehr wie 10.000 Kontrakte gehandelt werden. Also ihr könnt so viele Filter hinzufügen, wie ihr wollt. Ihr kriegt dann halt sofort die Info auf dem Chart. Oh, da sind mehr wie 10.000 Kontrakte gehandelt worden. Da ist es extrem interessant. Das ist die einfache Variante, weil man einfache Filter setzen kann, eben um Volumen zu finden. Grundsätzlich ist man auf der Suche nach großen Volumen oder noch Bereichen, wo kein Volumen stattfindet. Also wo Ablehnung herrscht. Und das kann man eben mit dieser Filtration machen. Und funktioniert auch recht gut. Die zweite Möglichkeit, die man dann auch hat. Man kann das Ganze mit Indikatoren suchen. Das Wundermittel hier heißt Cluster Search. Das ist ein Indikator, da kann man alles suchen. Nur Bits, nur Asks, das Delta, das Volumen, die Anzahl der Trades und die Zeit, wie viele Sekunden, dass der Chart im Profil verbraucht hat. Wir gehen auf Volumen und sagen, wir möchten minimal das gleiche wie jetzt vorhin 10.000 sehen. Only Price, dann wird mir nur der Preis markiert. Und den Vorteil, was ich jetzt habe, wenn ich mit dem Indikator arbeite, ich bin flexibler. Ich kann jetzt sagen, okay, Minimum alles, was größer ist wie 10.000 soll einmal einmalen. Aber ich kann dann zum Beispiel sagen, ich möchte das nur sehen bei bullischen Kerzen. Oder ich möchte es nur sehen bei bärischen Kerzen. Bei allen Kerzen. Und ich kann auch sagen, okay, die 10.000, aber ich möchte es nicht auf einem Preis haben. Ich möchte es auf zwei Preisen haben. Das heißt, überall, wo zwei Preise nebeneinander sind, die 10.000 Volumen ergeben, werden mir jetzt markiert. Das ist wichtig, wenn ich das in illiquiden Märkten mache. Wenn ich Märkte habe, die extrem auseinandergezogen sind und war immer schwer, durch Volumenbereiche zu finden, dann kann ich das mit dieser Variante kletten. Und es ist egal, ich habe mir den Chart vorher nicht angeschaut. Man kann aber ziemlich mit Sicherheit sagen, dass diese Volumenanhäufungen sehr wohl vom Markt nicht respektiert, aber er reagiert an diesen Bereichen sehr wohl. Umso genauer man den Markt kennt und die Filtereinstellungen natürlich verwendet, umso interessanter ist es. Und ganz interessant ist es auch, dass es sehr oft zu Umkehrungen kommt, wenn das Volumen nach unten ausläuft. Eben wie ich gesagt habe, schauen wir mal, was da nach oben passiert, ob das Volumen ausläuft oder nicht. Und mit dieser Systematik kann man eben hergehen und kann sich Levels raussuchen. Nicht vergessen, also das ist jetzt rein nur als Demo-Zweck. Man muss sich natürlich anschauen, für welchen Markt, was ist denn viel Volumen. Also da kann man dann schon genauer noch arbeiten, als wir, wie wir es hier jetzt machen. Man sieht auch ganz genau Vormittagssession und Nachmittagssession. Man sieht genau, wann die Amerikaner kommen, wie das Volumen zunimmt. Also von Mitternacht weg bis dann eben zum Open ist eigentlich tote Hose. Und wenn die Amerikaner kommen, dann geht es zur Sache. Daher aus diesem Grund kann man auch über diesen Indikator, den kann man mehrmals hinzufügen zum Chart, kann man auch eigene Filter mit eigenen Uhrzeiten stellen. Das heißt, ich habe dann in der Vormittagssession andere Filter natürlich in Verwendung in der Nachmittagssession. Wenn man so arbeitet und das macht, muss man immer wissen, es ist monatsabhängig. Es ist abhängig davon, ist Anfang Monat, Ende Monat. Es ist abhängig davon, ist Anfang des Tages, ist Hauptsession. Es ist abhängig davon, läuft der Kontrakt bald aus, ist der Kontrakt frisch. Das heißt, es gibt keine fixen Werte, die man sich einmal definiert und die bleiben. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Am besten ist, man schaut sich den Chart an und schaut sich ein paar Tage an, was ist viel Volumen, was ist wenig Volumen. Das wäre eben die Möglichkeit, direkt mit dem Indikator auf dem Candle das Volumenprofil abzulegen und zu filtern. Gut. Stottert es noch oder geht es so, wie ich das mache? Nein, das geht. Das geht? Sehr gut. Wir sind jetzt wieder am Tagesschart angekommen und machen jetzt wieder den TPO and Profile rein. Der ist jetzt in dem Fall auch auf Tag und man sieht jetzt, hat jeder Tag sein Profil. Man kann das auch ändern. Wenn ich den Tagesschart habe, kann ich mir auch Weekly anschauen. Das heißt, ich habe hier jede Woche dann. In Wirklichkeit habe ich hier die Möglichkeit, for Weekly, Monthly and Custom, das heißt, ich gebe einen bestimmten Zeitraum ein, bis runter auf M1 mir meine Profile rechnen zu lassen. Je nachdem, in welchem Timeframe ich unterwegs bin. Ich kann bei Custom natürlich hier auch sagen, okay, ich möchte ein Profil für die Vormittagsession und ich möchte ein zweites Profil für die Nachmittagsession haben. Das kann man natürlich auch machen. Das ist vor allem bei so Märkten wie den S&P 500, der, was am Vormittag dünn und am Nachmittag relativ dick ist, interessant, so zu arbeiten. Das ist eben der Modus Profil auf Woche. Und man kann auch definieren, na, was rechnet mir das Profil? Jetzt sind wir bei Volumen, da haben wir natürlich gelernt, eine Marke, was eine Limit fehlt, erzeugt ein Volumen. Und anders geht es halt nicht. Ich kann aber auch sagen, okay, ich möchte wissen, wie viele Trades auf welchen Preis ausgeführt worden sind. Dann verschiebt sich das natürlich ein bisschen. Ich kann auch sagen, wie viel Zeit der Kurs auf welchen Preis verbringt. Ich kann das Delta noch sagen, dann habe ich das auf Bit und Ask aufgeschlüsselt. Und ich kann mir das so noch anzeigen lassen. Da sehe ich dann im Prinzip, auf welchen Preis, wie viele in den Bit und in den Ask gehandelt haben. Aber grundsätzlich ist die einfachste und effektivste Methode, mit dem Volumen zu arbeiten. Ich gebe mit euch da jetzt ein bisschen die Einstellungen durch, damit auch jeder weiß, was man einstellt oder was man einstellen kann. Die Proportion ist in Wirklichkeit jetzt nicht wichtig. Das ist wichtig bei Märkten, die drei, vier Tage null Volumen haben und dann wieder richtig viel Volumen haben. Dann schaltet man das auf Auto, dass eben die Profile einigermaßen gleich groß sind. Die ganze Kolorierung ist eh selbsterklärend. Manka hat halt gern ein oranges Profil, Manka gern ein grünes. Dann kann man das transparent schalten. Man hat auch die Möglichkeit in Atas, wenn man nur mit Profilen arbeiten möchte, dass man die Candles komplett wegnimmt. Also die da hier, das stimmt man dann auf Hidden. Und dann habe ich nur noch meine Profile. Gut, zur besseren Ansicht werde ich hier nur fünf Tage laden. Da haben wir mal vier. Gut, jetzt haben wir da ein bisschen größer. Jetzt sehen wir ein bisschen mehr. Gut, gehen wir da zurück rein. Also hier haben wir die komplette Kolorierung eben mit Transparenzen, mit Ask. Man kann ein Grid einfügen. Man kann die Area, die rundherum ist, anders einfärben. Ja, ich brauche sie zum Beispiel nicht. Ich stelle die Transparent hoch, dann sehe ich es gar nicht mehr. Kannst du vielleicht ganz kurz noch da bleiben, weil dazu gab es tatsächlich auch schon eine Frage vorab. Ja. Und zwar bei den Einstellungen Delta Colored bedeutet das, als ob der Käufer oder Verkäufer die Zone gewonnen hat. So die Frage hier. Da gibt es keinen Gewinner. Da sieht man nur, ob der Käufer oder der Verkäufer eben das Volumen ausgelöst hat. Ja. Man sieht hier, wer bei dem Preis den Überhang gehabt hat. Hat es mehr Käufer oder Verkäufer gegeben? Ja, also man kann hier keinen Gewinner raussehen, weil um das Ganze richtig in den Kontext zu bringen, muss man die Limit Orders, die im Buch stehen, mitnehmen zu dieser ganzen Thematik. Ich habe hier zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Wir haben hier oben mehr Käufer gehabt. Hey, aber wir sind nicht höher gegangen. Warum? Warum ist das so? Warum ist das so? Ich mache mal einen Text dazu rein. Also, wir haben hier 580 mehr Käufer, 398 mehr Käufer. Also wir haben immer mehr Käufer wie Verkäufer. Wie geht das, dass wir nicht weiter steigen? Das ist ganz einfach. Und das muss man verstehen. Wir müssen hier in den Kontext bringen, was ist denn da oben im Buch los? Und wenn hier jemand ständig seine Limits auflädt, können hier Käufer die Market kaufen drücken, bis übermorgen drücken und der Kurs wird nicht steigen, wenn er die Levels, die hier stehen, nicht cleart. Das heißt, wenn die passiven Marktteilnehmer, die im Orderbuch stehen, nicht wollen, dass der Kurs nach oben geht. Und wenn die viel Geld haben, dann geht der Kurs nicht nach oben. Und dann sind hier in dem Bereich jetzt, was wir gerade live sehen, in dem Bereich sind die Käufer. Und wenn die aber zumachen hier mit den Limit Orders, dass diese Preise nicht steigen können, obwohl die alle kaufen und der Kurs fällt wieder, dann werden die Jungs, die hier am Top gekauft haben, am Weg nach unten die Positionen glatt stellen, was die Bewegung nach unten verstärkt. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen einfach ausgedrückt. Also, man sieht hier, wer den Übergang hat an Käufern und Verkäufern. Man sieht nicht, wer gewonnen hat. Wir sehen, dass hier am Top mehr gekauft wird, aber der Kurs wieder nach unten geht. Und das ist eben genau deswegen so, weil eben jeder Preis hier im Orderbuch muss ja weggekauft werden, in dem Fall, dass wir weiter steigen können. Also 300, 200, 280, 321, die müssen alle weggekauft werden. Wenn aber jemand im Hintergrund steht und diese Levels immer wieder neu befüllt mit Limits, dann kann der Kurs nicht steigen, obwohl wir kaufen. Das heißt, hier steht dann eine Wand von Limit Orders im Weg, dann, obwohl die Käufer sich bemühen, geht es nicht rauf. So kann man das relativ einfach ausdrücken. Und das Delta Profil zeigt einem nur Bereiche, wo man dann sieht, okay, hier waren extrem viele Käufer. Hier waren extrem viele Verkäufer. Und anhand dessen kann man sich dann ein bisschen umschauen, was passiert. Es gibt sehr gute Ansätze, wenn man sagt, ich schaue mich um nach Kerzen, wo in der unteren Lunte, also im unteren Tocht, extrem viele Verkäufer waren, aber die Kerze hat dann bullisch geschlossen. Was heißt das? Wir wissen in Delta, in der Tocht-Lunte sind extrem viele Verkäufer. Aber der Preis bewegt sich nach oben. Was heißt das dann im Umkehrschluss für uns? Das heißt dann im Umkehrschluss für uns, da sind extrem viele Verkäufer, die in ihrer Position sitzen. Und der Kurs bewegt sich aber nach oben weg von denen. Das heißt, die müssen glattstellen früher oder später. Das sind eben diese Trapped-Marktteilnehmer, die gefangen sind in irgendeiner Position. Und durch dieses Glattstellen wird dann die Bewegung weg von denen natürlich noch befeuert. Da gibt es Leute, die schauen extra nur auf diese Bereiche. Die schauen wirklich, wo sitzen viele in der Falle und gehen dann gegen die in Position und stellen dann die Stops eben in den Bereich, wo die die Positionen eröffnet haben. Gut, ich hoffe, das war einigermaßen nicht zu kompliziert und man versteht mich trotz österreichischem Dialekt. Wir sind stehen geblieben. Wir sind stehen geblieben im Profil, im Volumenprofil und bei der Farbgebung eben Show-Text ist die Option, wenn man reinzoomt in das Profil, dass man dann auch wirklich die exakten Volumina sieht. Also wenn ich das ausmache, dann sieht man das nicht. Man kann die Text-Color natürlich verändern, je nachdem wie man arbeitet, gern mit schwarzem Hintergrund, weißem Hintergrund, und da ist man wirklich sehr flexibel bei uns. Dann hat man die Möglichkeit, das ganze Profil an sich zu verändern. Jetzt ist es solid. Ihr seht es gleich, wenn ich das auf Bars stelle, dann wären das einzelne Bars. Und wenn ich das auf Border stelle, dann habe ich wirklich nur die Umrandung. Das ist wieder eine ganz individuelle Geschichte, jeder, wie er es mag. Und dann kann man das Ganze noch zur Vereinfachung auf Gradienten stellen. Das heißt, Atas misst, wo ist viel Volumen, wo ist wenig und wo viel Volumen ist, wird es eben von der Farbe her dunkler. Und wo wenig Volumen ist, wird es heller. Und das arbeitet mit Transparenz. Ich bin ja ein Fan von dunklem Hintergrund im Chart. Bin ich ein Fan. Und da sieht man dann halt sofort, wo Bereiche sind, die eben interessant sind für die Marktteilnehmer und wo eben Bereiche sind, die absolut nicht interessant sind von Marktteilnehmern. Und wie gesagt, eine der Regeln ist, Ausnahmen, aber eine der Regeln ist, dass sich der Markt eben von Balance zu Balance bewegt. Und wenn irgendwo keine Balance ist, eher eine Balance schafft. Und dieses Jonglieren durch den Markt lässt sich mit dem Profil einigermaßen schön visualisieren. Gut, dann haben wir Show Maximum Levels. Das ist quasi der POC. Das ist der Preis mit dem Maximalvolumen der eingestellten Periode. Also das Maximalvolumen der Woche ist genau hier. Hier kann man natürlich auch wieder die Farbe einstellen von der ganzen Sache. Man kann die Value dazu einschalten. Dann sehen wir auch genau, wie viele Kontrakte hier sind. In der Vorwoche das Maximum Level, jetzt haben wir Montag, natürlich ist das Profil nicht so groß. In der Vorwoche haben wir eben auf einen Preis 42.437 Volumina gehandelt gehabt. Also die Kontrakte sind hier durch. Und jetzt haben wir uns dann mit 12.671 zum jetzigen Zeitpunkt. Hier hat man dann die Möglichkeit, eben den Maximum Level, wie es einen taugt, nach POC zu benennen. Extend the first touch. Das ist eine interessante Option. Macht vor allem am Tagesprofil Sinn, das werden wir jetzt gleich umstellen. Kleinen Moment. Jetzt gehen wir auf Daily. Wenn wir auf Daily sind, müssen wir den, das war ein Blödsinn, wir gehen auf Stundenchart. Und wenn wir am Stundenchart sind, stellen wir unser Profil auf Daily, dass ich meine Tagesprofile habe und wir geben uns ein bisschen mehr Historie. So, jetzt haben wir für jeden Tag unser Profil und wir sehen, wir sehen gut die POCs. Und was wir jetzt eingestellt haben ist, er sollte den POC zeichnen, bis er wieder getestet wird. Und da sind wir wieder bei dieser Thematik, dass sich eben der Preis gerne eine Balance-Zone zur Balance-Zone bewegt und diese ansteuert. Und hier ist ein gutes Beispiel, zum Beispiel dafür, da haben wir am 5.8. haben wir so ein Volumen gebildet über den Tag, den Maximum-Level ziemlich in der Mitte. Also der war ungetestet den ganzen nächsten Tag. Der hat dann nicht angehandelt und übernächsten Tag hat er die Zone dann genau abgeheult, bevor er wieder weiter gestiegen ist. Also die Zonen, man sieht es, die werden ziemlich oft wieder getestet, weil eben der Preis mit dem Volumen von Balance zu Balance handelt. Das kann man eben hier einstellen, ob er das machen sollte, ob er den POC weiterzeichnen sollte, bis er re-getestet wird. Das ist eben diese Option Extend to first touch. Das heißt, bis zum Wiederberühren sollte er den weiterzeichnen. Die ganz gleiche Thematik gibt es bei der Value Area. Hier machen wir jetzt einmal gelb, damit wir es schön sehen. Mit der Transparenz runter. Komplett gleich. Kann man auch umbenennen, wie es einem passt. Hier haben wir das Gleiche. Wir können auch unsere Value Areas so einstellen, dass sie eben gezeichnet werden, bis sie wieder getestet werden. Und wenn ich zum Beispiel vom POC her, also der POC ist quasi die Zone mit dem meisten Volumen. Wenn sich einiges ansammelt hier an mehreren POCs und Volumina, ist das meistens eine harte Zone. Das heißt, das ist meistens eine Zone, die was, naja, wenn es zum Pullback kommt, und in die Richtung weitergeht. Wenn der Trend stabil ist und alles. Also das sind so Sachen, die sieht man halt mit dem Volumen Profil optimal. Weiter geht es im Programm. Bei der Value Area haben wir die Möglichkeit, dass man den Bereich eben als Linien zeichnen, dass man den Bereich an sich selber einzeichnet im Profil und dass man Bereiche und Linien zeichnen kann. Das ist halt wie es jedem beliebt. Und das ist im Endeffekt schon ziemlich alles, was es über das normale Volumen Profil gibt. Man kann hier noch einstellen, dass man die Labels schön sehen kann. Natürlich muss man sich mit den Farben spielen, dass das alles passt. Das ist eben das Standardvolumen Profil. Ja, so sieht das aus. Und das sind einmal die Optionen dazu. Gibt es Fragen dazu? Eine Frage ist hier noch offen. Und zwar, wie findet man das optimale Volumen? In Bezug auf Filtrierung, würde ich mal sagen. Ich setze hier nicht weiter ausgeführt. Ich glaube, der Kollege möchte wissen, anhand von diesem Chart, wenn wir den früher gehabt haben, wie finde ich hier das optimale Volumen? Das ist jetzt nicht einfach zum Beantworten und es gibt auch jetzt nicht wirklich eine Faustregel. Manche nehmen da einen Durchschnittswert her und einen Prozentualwert. Ich halte das alles für nicht aussagekräftig. Also ich kann es nur so sagen, wie ich es selber mache. Und das ist eigentlich relativ gut. Erstens stelle ich einmal den Chart hier ab, dass er mir, wenn ich hier raus zoome, nicht wieder Candles macht. Also jetzt im Normalfall ist so, wenn ich raus zoome, kriege ich Candles. Das kann man unterbinden in beide Richtungen. Also entweder ich will nicht, dass er ein Footprint macht, dann bleiben Candles. Und jetzt in dem Fall möchte ich nicht, dass er zurück zu Candles geht. Das heißt, ich schalte das hier ab. Was ich dann meistens mache, jetzt ist der Monitor relativ klein hier, wo ich übertrage. Ich schaue mir natürlich das Volumen der letzten Tage an. Und wenn ich Filter setze und ich sehe hier überall sehr viel Volumen, dann weiß ich, dass ich zu nieder unterwegs bin. Dann weiß ich, dass ich diesen Wert der 10.000 erhöhen muss. Und dann wird es schon interessanter. Dann habe ich hier nicht mehr 100.000 Werte, sondern dann habe ich schon langsam Werte, die Sinn machen. Dann kriege ich dann weniger raus. Es macht absolut keinen Sinn, wenn der ganze Chart dann vom Volumen her, vom Filter her bunt ist. Und ich nur die großen Volumen suche. Das ist einmal so. Und so suche ich meine Volumen. Und das funktioniert eigentlich am besten, weil du bist immer ein bisschen gefangen in der ganzen, wie berechne ich das optimale Volumen? Gibt es da fixe Werte? Es sind einiger Zeit, sind ein paar Tabellen durchs Internet gewandert mit den perfekten Settings für Volumen. Ich halte vor dem alles nichts, eben weil es je nach Jahreszeit variiert, je nach Tageszeit variiert. Man schaut sich das einfach an und für sich selber schaut man dann, was ist denn jetzt markiert in dem Chart. Man sieht jetzt zum Beispiel ganz schön, dass für diese zwei Tage das überhaupt nichts ist, dass es da ein bisschen mehr bringt und dass es da hinten eigentlich gut war. Ja, also man muss da immer ein bisschen schauen, wie man macht. Und es bringt eben nichts, wenn der ganze Chart bunt ist vor lauter Volumen. Ich möchte nur die großen Volumen sehen und die großen Volumen in Bezug auf den Zeithorizont. Ja, also ich werde mir jetzt den Chart nicht einstellen, wie es vor sechs Wochen war, weil sie da die komplette Marktsituation, Newslage, Politik, alles. Ja, dann haben wir die Verfallstage, weil sich alles geändert hat. Das heißt, wenn ich jetzt da die letzten, wenn ich Tageshändler bin, ja, dann schaue ich auf ein bis zwei Wochen und schaue, wie viel Volumen macht den Sinn, damit ich meine Levels rauskriege. Und kontrollieren kann ich das auch selber, indem ich sehe, ob diese Levels, die ich mir hier raushole, auch vom Markt respektiert werden. Ja, und noch was, es hält kein Level ewig. Ja, das muss man schon dazu sagen. Man bekommt gute Levels. Ja, das war wieder so ein Pullback-Dings. Man bekommt super Levels, nur irgendwann, und es kann auch passieren, dass der Level dann nach unten gebrochen wird. Aber grundsätzlich sieht man auch hier, dass der in die Range zurück ist. Da sind wir jetzt vom Filter zwar ein bisschen daneben, es ist eine extreme Gefühlssache auch, aber die Gefühlssache lässt nicht viel Interpretationsspielraum, weil man sofort kontrollieren kann, ob man richtig liegt oder nicht. Ja, und in dem Fall war das Volumen mit Sicherheit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal dafür verantwortlich. Warum genau an diesem Platz, aber sechs Mal dafür verantwortlich, dass wir wieder nicht weiter runtergerauscht sind. Ja, und das kann man im Prinzip überall mit dem Volumen schauen. Ja, es ist ja hier das Gleiche. Natürlich haben wir überall Fake-Ausbrüche und Fallen, die gibt es überall, aber grundsätzlich dekombiniert man dann die zwei, die zwei Levels hier, wenn sie hochvolumig sind, da kann man reinschauen. Mal Volumen, da nichts mehr drunter gegangen, nochmal nichts mehr drunter gegangen. Das heißt, grundsätzlich, ich möchte jetzt nicht zu viel in die Coach-Linie rein, aber weil es dann doch interessant ist, wenn ich sowas habe, ich bin im Stundenchart, dann suche ich mir irgendwo hier im Minutenchart oder in einem kleineren oder in einem Range-Chart irgendwie Einstiegsmöglichkeiten in die Long-Richtung und sichere mich hier unten ab. So funktioniert das Ganze in Wirklichkeit. Im Trend, und dann gibt es auch immer das magische Wort, das muss man überall hören, Kontext, Kontext, Kontext. Ja, was ist Kontext in Wirklichkeit? Man muss schauen, ob der Gesamtmarkt eher im Steigen ist oder nicht. Man muss schauen, wie die politische Lage ist. Man muss schauen, ob Verfallsdruck ist. Das ist Kontext. Und alles andere ist, ja, also das sind grundsätzlich die Dinge, die man jetzt rein aus dem Volumen raussehen kann, was keine Handelsstrategie ist. Ja, das sollte man auch dazu sagen. Das ist keine Strategie, das ist einfach ein Toolset, das euch helfen sollte mit euren vorhandenen Strategien oder wenn ihr nur Markttechnik macht, wenn man das dazu nimmt, dann hat man ein bisschen einen besseren Blick auf den Markt und was passiert. Ja, und das ist schon relativ gut. Und deswegen sage ich, es gibt kein optimales Volumen. Man sucht sich das eben hier raus, man schaut am Chart, was ist viel, was ist wenig. Wenn alles bunt ist, ist es definitiv zu wenig, da muss der Filter hoch. Wenn es so ist, dann hat man die zweite Möglichkeit, komme ich nicht zurecht mit meinen Volumenzonen, dann haben wir das eh hier gemacht, Preiszonen. Jetzt ist er schon, also im Prinzip auf zwei Preisen auf 30.000. Wenn man das wegstellt, dann muss ich da natürlich, um das gleiche Ergebnis zu bekommen, runter, um die Hälfte. Und dann da auf Pass Range und Preis Range hoch und so kann man sich das rausfiltern. Also das sieht jeder, das ist eindeutig zu wenig. 7.500, das ist auch noch alles. Also ich möchte maximale Volumen sehen und nicht den ganzen Chart voller bunter Cluster haben. 10.000 ist mir auch zu wenig. 15.000. So, jetzt wird es schon interessanter. Jetzt kriege ich schon ein paar Spots, wo ich schauen kann, werden diese Spots vom Markt gewürdigt oder nicht. Und so suche ich mir mein Volumen und nicht über irgendeinen Berechnungssatz. Ich hoffe, das hat jetzt passt so einigermaßen von der Antwort her und man kann was anfangen damit. Gehen wir zurück zum Volumenprofil und deren Einstellmöglichkeiten. Da sind wir jetzt eh gleich durch. Das ist im Prinzip alles, was das Volumenprofil an sich selber jetzt an Einstellmöglichkeiten hergibt. Was wir hier noch haben und das ist weiter unten. Das kommt später, das kommt später. Passt. Was wir hier noch haben. Ich mache mal kurz die Value Area aus. So, damit wir was sehen. Was wir hier noch haben, ist natürlich, wir haben auch hier die Möglichkeit zu filtern im Profil selber. Also, das ist voller Filter. Man kann überall alles filtern. Ist doch hübsch. Und man kann hierher gehen und sagen, auch im Profil ein Minimum und Maximum Value hernehmen und sagen, okay, ich möchte hier im Profil nur Bereiche sehen, die über 10.000 haben. oder über 15.000. Also, es lässt sich auch hier filtern. Und jetzt sind wir bei einem Thema, was in Atos relativ oft zustande kommt. Man kann auch das Volumenprofil zweckentfremden. Man kann jetzt hergehen, ich sage, mein Filter ist gelb, meine 15.000 und Größe ist gelb. Ich mache Full Lines draus. Mich interessiert aber das Profil an sich gar nicht. Ja, so Leute, gibt es. Das machen wir jetzt. Jetzt machen wir das Maximum Levels weg und das Profil an sich selber machen wir auch weg. Jetzt bleiben mir eben diese gefilterten Bereiche über. Kann man noch nichts anfangen damit. Aber, man kann hier dann natürlich hergehen und sich das so über den Chart ziehen. Wenn man lieber mit Candles arbeitet und das ganze Profil irritiert, dann haben wir natürlich dann Bereiche und Areas, die hoch profilig sind, obwohl wir gar nicht mehr in Wirklichkeit mit dem Volumenprofil arbeiten. Man sieht das hier schön. Also, man kann die Tools auch zweckentfremden. Man sieht auch hier den Bereich, der Value-Bereich. Kann man machen. Gibt es. Gut. Dann blenden wir die Kerzen wieder aus und machen wieder ein Standard TPO in Profile rein. So. Was wir hier noch sehen, unten, die kumulierten Werte von allen Lots, die kann man natürlich auch ausblenden. Brauchen die wenigsten. Braucht man nicht. Den Filter haben wir gehabt gerade und jetzt kommen wir dann zum Interessanten. Das war jetzt ja nur der Profilmodus. Wir können auch TPO und Profile machen. Dann haben wir den TPO und den Profile nebeneinander. Wir können nur TPO machen und wir können das überlappend machen. Wir können das TPO und das Profile an gleicher Stelle machen. Wir machen jetzt mit dem TPO weiter und kommen gleich einmal zum grundlegenden Unterschied. Ich werde im Support immer gefragt, wir haben ein Problem mit unseren Profilen, weil wenn er ein Volumenprofil und den TPO nebeneinander stellt, die Pox passen nicht zusammen, die Value Areas passen nicht zusammen. Es ist irgendwie ein bisschen anders und grundsätzlich ist es ja so, dass das TPO komplett anders rechnet, als wir das Volumenprofil. Das werden wir uns jetzt gleich einmal anschauen, was wir da machen. Also was ist ein TPO? Ist ein Time Price Opportunity Geschichte. Hier wird jede 30 Minuten ein anderer Buchstabe hergenommen und je nachdem, wie sich der Preis bewegt, wird das aneinander gestoppelt, sage ich jetzt einmal. Das heißt, von der Berechnungsgrundlage her ist es ja komplett anders. Wir haben hier den TPO, wo der Kurs am längsten verweilt ist oder am öftersten hingelaufen ist. Das heißt nicht, dass hier das maximale Volumen ist, das kann auseinander driften. Kann zum Beispiel sein, dass den ganzen Vormittag wir diese Preisspanne gehandelt haben, mit wenig Volumen und am Nachmittag kommen wir dann in einen anderen Preis mit mehr Volumen. Das kann man natürlich überprüfen. Und wenn wir hergehen und sagen, wir machen TPO und Profile, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was da los ist. Und da haben wir genau so einen Punkt. Das TPO, sagt er uns, unser Bock ist bei 4.452. Aber das Maximalvolumen ist bei 4.479. Das heißt, es ist komplett konträr. Und so verlangen, so ist es auch mit der Value Area. Also es sind zwei verschiedene Berechnungsmethoden. Das heißt, es ist nicht gleich. Es muss nicht zwingend gleich sein. Hier sind wir lang verweilt und haben wir das Volumen auch in der Nähe. Das heißt, da ist die Zeit und das Volumen ziemlich ähnlich. Hier sind wir ziemlich exakt gleich in dem Tag. Schöne Kurve nach unten und hier haben wir im Prinzip die TPO und das Volumen ziemlich exakt gleich. Hier sehen wir aber auch, dass hier unten gar nicht so wenig Volumen gedreht worden ist. Das sehen wir wie im TPO gar nicht. Ich schalte mal geschwind um auf den TPO-Chart, den ich mir hergerichtet habe. Manche verwenden das eben so. Die machen die Analyse am TPO-Chart und ich bin halt ein Fan davon, dass man eben das Volumen nicht aus Acht lässt. Hier haben wir im TPO-Chart zum Beispiel das maximale Volumen da unten und das Volumen, also die maximale Zeit haben wir da unten, das was Volumentechnisch komplett uninteressant ist und hier oben, wo das Volumen ist, ist es anscheinend am nächsten Tag auch interessant beziehungsweise am nächsten Tag. Also man muss schauen, wenn man das verwendet, dass man schon weiß, was ist da los und wie wird das berechnet. Es hat absolut null Sinn, wenn man das blind nachmacht, was irgendwelche Leute machen. Man sollte immer ein bisschen schauen, wie funktioniert das, wie wird das gerechnet. Hier haben wir den TPO, da haben wir das Volumen und das TPO, den POC auf dieser Stelle. Das heißt, da ist er lang geblieben, der Kurs und hat viel Volumen gedreht und man sieht, dass dieser Bereich hier interessant ist. Gehen wir weiter zu den Einstellungen, was das TPO an sich bringt. Hören wir mal, ob das schon machen. So. Was haben wir hier für Möglichkeiten einzustellen? Im Prinzip sind die Einstellungen ziemlich ähnlich wie am Profil selbst. Also man hat die Möglichkeit, die Farben der Letters zu ändern, man hat die Möglichkeit, das Ganze aus Blocks anzuzeigen. Man hat die Möglichkeit, das Open für jede 30 Minuten Periode anzuzeigen. Hier zum Beispiel, da sieht man dann das Open von jeder Periode. Man hat auch die Möglichkeit, das ganze TPO auszuklappen. Dann sieht man halt jeden 30 Minuten Verlauf wirklich so wie er stattfindet. Man hat eben die Möglichkeit, den POC in der Farbe, die Value Area zu verändern. Das ist im Prinzip alles gleich als wie beim Volumenprofil. Also da werde ich jetzt gar nicht viel drüber reden. Das ist ziemlich dasselbe eben für die Profilart TPO. Was beim TPO zusätzlich dazukommt, sind die Single Prints. Das heißt, Single Prints ist in Wirklichkeit, ich möchte jetzt nicht so einen Blödsinn erzählen, aber es ist ziemlich ähnlich wie eine Low Volume Area. Ein Single Print ist ein Bereich, machen wir kurz hier. So. So. Also man sieht hier zum Beispiel, hier könnte ein Single Print gewesen sein. Was ist ein Single Print? Ein Single Print ist ein Bereich, wo der Kurs ziemlich schnell durchrutscht. Mehr ist es nicht. Es ist nicht mehr. Und wo rutscht der Kurs ziemlich schnell durch? Dort, wo man extrem wenig Volumen hat. So. Da bin ich immer noch der Meinung, dass es geschickter ist, in einen Bereich zu schauen, im Volumenprofil, als auf irgendwelche Buchstaben zu schauen. Aber, Geschmäcker sind verschieden und manche arbeiten auch mit dem TPO Profile richtig gut. Also, das ist im Prinzip nichts anderes. Wenn ich das Ganze zusammenklappe, so, dann sind das genau die Bereiche. Also, ist ziemlich sicher, dass in diesen Bereichen Low Volume Areas sind. Ja. Das ist Single Print und das ist eben, das ist eben ein Merkmal von den TPO's. Wird gern verwendet, wird gern bearbeitet. So. Was wir hier noch haben, ist die Initial Balance. Das ist eben dieser Balken hier. und den kann man sich selbst definieren, was die erste Stunde des Handels, das heißt, hier kann man noch die Länge einstellen. Zwei TPO's, ein TPO hat 30 Minuten. Das ist die erste Handelsstunde. Ja. Das kann man hier einstellen und kann man sich zeigen lassen. Da bin ich auch ein Fan von, zum Beispiel, gibt es einen Indikator dafür. Ja. Der klassische Indikator, den kennen einige von euch sicher. Das ist der Initial Balance Indikator, der macht das Gleiche. Ja. Hier definiere ich eine Startzeit und eine Endzeit. Wo sind wir denn? So. Muss ich nur kurz einstellen. So. Wir machen 9 Uhr, wir machen Custom Session Time. Die Open Range. Wir lassen den Rechnern für 10 Tage und wir starten um, was haben wir hier, 0 Uhr, 0,0 für 60 Minuten. Und der macht mir im Prinzip das Gleiche. Ja. Der rechnet mir die erste Stunde. Jetzt machen wir nur einen Tag, weil sonst sehen wir nichts. So. Der rechnet mir die erste Stunde, rechnet mir die Range der ersten Stunde und macht mir eben einmal der Range, zweimal der Range, dreimal der Range. Das kann man eben definieren, wie man es gerne haben möchte. und der macht im Prinzip das Gleiche. So kann man es am Candle Chart machen. Die Mitte ist hoch der Range, ist low der Range die Mitte und eben die Extensions dazu. Manche machen da ganze Trading Strategien draus. Früher hat auch das London Open Range gegeben. Eben in der London Open Zeit haben das viele gerechnet. Das ist im Prinzip das Gleiche, was das macht, nur das ist halt vereinfacht dargestellt im Profil die erste Stunde. Und was noch ein bisschen ein Highlight ist, ein Highlight, aber es ist gut zu gebrauchen, ist eben die Candle. Ich kann mir hier auch noch die Tagescandle links anzeigen lassen vom ganzen Tag, damit ich weiß, wie mein Candle steht. Es ist vielleicht nur ein kleines Feature, aber hin und wieder ist das doch schon recht nett, wenn man die Tageskerze daneben sieht, neben ein Profil. Gibt es Fragen hierzu? Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Mach das. Es gibt tatsächlich eine Frage zum TPO und zwar kann man das Ein- und Ausklappen des TPO schneller durchführen, als jedes Mal in die Einstellung gehen zu müssen. Bald. Ja, kann man bald. Es wird eine Hotkey-Funktion geben, dann kann man sich das auf die Tastatur legen, dann braucht man nur eine Taste drücken, dann wird es auf und zugeklappt. Dann eine Frage, die war aber schon zum vorherigen Thema und eigentlich hast du das schon fast beantwortet, aber nichtsdestotrotz. Wie ist ein mögliches Setting aufgrund von Volumendiagramm? In Klammern Kauf wenn, Verkauf wenn. Aufgrund von reinen Volumendiagramm würde ich gar nichts handeln. Das möchte ich noch einmal sagen. Das Volumenprofil und diese Tools, die hier dazugehören, das sollte einem eigentlich die Sicht auf den Markt verbessern. Das ist kein Signalgeber. Das ist nur ganz salopp ausgedrückt, ich weiß wenn ich diese Volumenzone eintrage am heutigen Tage weiß ich dass ich die nächsten Tage schauen muss was an diesen Zonen passiert. Das heißt ich komme jetzt gestern war dieser Tag nehmen wir mal an jetzt haben wir heute der Kurs bricht mir in diese Zone ein und dann muss ich eben aufpassen und schauen was passiert. Das heißt ja nicht dass der abprallt und wieder nach oben geht da kann er genauso nach unten durchfahren. Interessanter wird es dann natürlich ein paar Tage später wenn man dann gesehen hat dass das bestätigt worden ist und er kommt wieder da rein kann man sich natürlich umschauen aber wie gesagt das ist jetzt keine Handelsstrategie das ist einfach dass du deine Zonen findest in die du agieren möchtest ich möchte ich möchte ja nicht also ich persönlich für mich ich möchte nicht irgendwo irgendwo in der Kursbewegung agieren wo ich noch weniger weiß was passiert ich möchte da agieren wo ich zumindest eine Zone für mich einsetzen kann und dann mit anderen Tools wie der Markt Tiefe und anderen Vorgehensweisen Arbeit um dann in den Markt zu kommen wir sind ja am Stundenchart das heißt am Stundenchart an sich selber sind die Stopp schon ein bisschen weiter aber wie gesagt hier haben wir genau den Pock und der Kurs ist sehr genau da in diesen Bereich reingefahren und ist zweimal abgelehnt worden das heißt für mich in meiner denke ok hier sitzen Käufer warum sitzen hier Käufer weil die nicht wollen dass der Kurs nach unten geht und der hier wieder gestützt wird ganz einfach ja es ist eine Interpretationssache ich habe das für mich so gelernt zu interpretieren das heißt nicht dass ich das richtig mache für mich funktioniert und deswegen sage ich das ist ist eine hilfe aber das ist kein wenn das passiert macht das Indikator soweit zu diesem Thema gut eine Frage haben wir noch sind vergangene interinitial balances von bedeutung zum beispiel als unterstützung meiner meinung nach nicht wobei ich könnte da jetzt auch ich weiß es nicht also ich habe die nicht am schirm für sämtliche unterstützungs und 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 widerstands zonen was fakt ist ist natürlich dass inter initial balance das open ist ja das muss man schon auch verstehen dass inter initial balance irgendwo das open stecken muss da gebe ich den open mehr bedeutung als wie der range es gibt aber natürlich auch für das irgendwelche strategien im internet zum nachschauen ich halte davon nichts wenn dann muss das wirklich ein profi beantworten der was viel mit dem arbeitet ich tue es nicht okay wenn ich nichts übersehen habe dann haben wir soweit alle fragen beantwortet gut okay ansonsten natürlich ein Feedback oder mehrere Feedbacks ganz tolles Webinar und einer wünscht sich auch ein Live-Trading mit dir Michael nur dass du es schon mal gehört hast und ja super also alle die sich für das heutige Webinar registriert haben sind natürlich auch für die kommenden bereits schon registriert und sie bekommen dann entsprechend eine oder mehrere Erinnerungs E-Mails wir werden oder wir haben mit Michael zusammen ganz tolle Themen auf die Beine gestellt und das geht dann jetzt auch bis Ende des Jahres die Webinar reihe freue mich sehr und war natürlich sehr glücklich darüber dass das Webinar sehr gut besucht war und wünsche Ihnen natürlich noch einen schönen Abend vor allen Dingen eine erfolgreiche Woche und dir lieber Michael auch vielen Dank für das Webinar heute und du hast sehr gerne das Schlusswort vielen Dank ja ich glücklich sagen wir es mal so und ich wünsche euch eine schöne Woche und liebe Grüße aus Österreich und sollte ich was vergessen haben schreibt es und das wird nächstes Mal beantwortet ja super 8. September der nächste Termin wir würden uns freuen bis dahin alles Gute Tschüss